Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achimund. Das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 18. September. Heute dabei ganz viele Apple-Updates, iTunes, Strafzölle, Spotify, Instagram-Shopping und Saturn-SmartPay. Beginnen tun wir mit einer ganzen Anzahl von Apple-Updates. Heute war der Tag, es ist soweit. Für euer iPhone oder euer iPad steht das iOS 12 bereit. Ihr könnt es euch runterladen und ihr habt eine ganze Menge neuer Features da drin. Nicht alles, was mal angekündigt war, zum Beispiel FaceTime. Für, wie viele Leute war das nochmal? Ich glaube 32 Leute ist noch nicht drin, aber ihr kriegt die Memojis und andere Kameraeffekte. Und wie gesagt, diverse andere Sachen. Wenn ihr Apple-Nutzer seid, dann informiert euch vorab und dann spielt euch das Update drauf. Bislang ist noch nichts Schlechtes passiert, aber macht vorher wie immer ein Backup. Und damit haben wir nur angefangen, denn auch für euer Apple TV steht Known TV OS 12 bereit. Und hier ist nicht so viel Neues passiert. Sehr viel wurde unter der Haube geschraubt. Das interessanteste Feature ist das Zero-Sign-On, sprich einmal anmelden. Alle Daten werden übernommen für diverse Abo-Dienste. Und ja, wenn ihr ein Apple TV habt, dann könnt ihr euch das Update jetzt auch reinspielen. Und der dritte im Bunde ist die Apple Watch. Die bekommt nämlich jetzt Watch OS 5. Auch wieder diverse Features. Falls es euch interessiert, informiert euch vorab und dann guckt, ob ihr euch das Update einspielt. Und ja gut, bei der Apple Watch würde ich jetzt nicht so auf ein Backup hinweisen wie beim iPhone oder iPad. Da ist das natürlich wichtiger. So, damit sind erstmal hier alle Apple-Nutzer versorgt. Wir bleiben aber bei Apple. Denn es gab ja vor ein paar Tagen der Tweet, der die Runde gemacht hat, wo ein Nutzer sich beschwert hat, dass Apple auf einmal drei Filme aus seiner iTunes-Library gelöscht hat. Und ja, ich habe selber, glaube ich, auch noch retweetet und habe geschrieben, das geht ja gar nicht. Und es ist ein Beleg, dass eben ein digitaler Kauf doch kein echter Kauf ist. Und nun hat das amerikanische Portal CNET ein bisschen recherchiert. Und es kommt dabei raus, der Nutzer, der das entsprechend getweetet hatte, der ist von Australien nach Kanada gezogen. Hat dementsprechend eine neue Region für sein iTunes. Sich entsprechend un... nicht un, sondern angemeldet, umgemeldet, sonst wie. Naja, jedenfalls ist er natürlich jetzt bei Apple und iTunes in Kanada registriert. Und Digital Rights Management, ja, die Rechte scheinen da eben anders zu sein. Und dementsprechend bekommt er die Filme nicht mehr angezeigt, weil in Kanada die Rechte eben nicht bei Apple liegen. Tja, doofen, dumm oder doof oder wie man es auch nennen will, gelaufen. Er hätte sich wohl die Filme in Australien runterladen können. Das hat er wohl nicht gemacht. Und jetzt sich wieder in Australien einmelden geht auch nicht, weil seine Rechnungsanschrift natürlich nicht mehr in Australien liegt. Also schon eine kleine Problematik, die aber, wie gesagt, belegt, dass ein Kauf eben doch kein richtiger Kauf ist. Wenn wir hier von digitalen Rechten sprechen, das ist schon ein bisschen schwieriger. Und Apple hat zugesichert, dass man dafür eine Lösung finden möchte und ich finde auch finden muss. Denn das scheint mir schon ein Problem in dieser neuen digitalen Welt zu sein, mit dem Rechtemanagement, wenn man entsprechend auch mal umzieht. Ganz neue Probleme, die da aufkommen. Und nächstes Thema auch wieder Apple unter anderem. Denn die USA haben ja die diverse Strafzölle angekündigt oder auch damit gedroht, wenn man zu sehen möchte. Und dann gingen auch die Nachrichten durchs Internet. Die iPhones und Co. werden alle teurer, weil Amerika Strafzölle einführt. So, da ist jetzt die Trump-Administration und der Kongress oder wer auch immer das da absegnet in Amerika, einen Schritt weiter. Es wurden entsprechend diese Strafzölle verabschiedet bzw. eingereicht. und die Tarife, die sich auf Hardware bezogen, also auf die Apple Watch und Fitbit-Tracker und Sonos Speaker zum Beispiel, die sind jetzt nicht mehr in dem finalen Entwurf drin und damit anscheinend erstmal außen vor. Werden also entsprechend nicht teurer im Rest der Welt. Aber ich würde sagen, das ganze Thema bleibt immer noch sehr spannend und wir halten da weiterhin ein Auge drauf. So, jetzt ist aber genug mit Apple und zum nächsten Thema Spotify. Die ziehen jetzt die Daumenschrauben an und es gibt ja bei Spotify den Familienplan, der auch sehr gerne mal ausgenutzt wird, denn ja, dann kann man halt für wenig Geld bis zu sechs Leute mit Spotify versorgen. Und ja, das ist oft eben nicht die Familie, sondern auch der beste Freund, der vielleicht auch in einem anderen Ort wohnt. und das wurde bislang mehr oder weniger geduldet, aber jetzt will Spotify, ja, das überprüfen und zwar mit GPS. Also es wird der GPS-Standort abgefragt und man geht halt davon aus, eine Familie lebt mehr oder weniger in einem Haushalt. So, alles andere ist für Spotify nach der Definition eben keine Familie und dürfte dann entsprechend auch nicht den Familienplan benutzen. Genau, das passiert jetzt gerade und falls ihr es genutzt habt, dann schaut mal rein. Aber ich glaube, jetzt ist so ein bisschen der Riegel vorgeschoben vor so ein bisschen Trickserei. Gut, nächstes Thema. Instagram Shopping. Ja, das wundert mich nicht. Die geben jetzt ein bisschen Gas und bringen neue Features und Instagram Shopping bekommt einen eigenen Kanal auf dem Explore-Tab oder in Deutsch, glaube ich, das Entdecken-Tab und dort findet man jetzt prominent Shopping und kann sich diverse Produkte angucken auf Instagram und dann entsprechend am Ende des Tages natürlich weiterklicken und das Ding direkt aus Instagram raus auf der entsprechenden Webseite shoppen und gleichzeitig wird auch der Shopping-Tag für die Instagram-Stories freigeschaltet. Da können Unternehmen nun entsprechend einen Sticker, sage ich mal, in die Instagram-Story reinarbeiten, wo dann der Nutzer drauf tippen kann und entsprechend dann auch wieder die Möglichkeit bekommt, den entsprechenden Artikel direkt in Instagram zu kaufen. Tja, wie ich schon gesagt habe, es war nur eine Frage der Zeit und jetzt ist es auf jeden Fall soweit. Da wird ein bisschen mehr passieren in der Shopping-Welt auf Instagram. So, und eine Offline-Shopping-Welt in Anführungsstrichen ist der Saturn-Elektronik-Markt. Den kennen wahrscheinlich viele von euch. Also in Deutschland ist der relativ verbreitet. Ich weiß gar nicht, ob der auch in Österreich und der Schweiz aktiv ist. Also ich glaube nicht. Aber die haben jetzt Saturn SmartPay. Und das bedeutet im Endeffekt per App bezahlen und eben nicht an der Kasse irgendwie anstehen. Und man kann einfach den Artikel, den man gekauft hat, vom Sicherheitscode oder was das, wie nennt man das Ding, das Sicherheitsteil, was dann piept, wenn man halt entsprechend das Ding klauen will. Von dem kann man es auch mit der App befreien. Und dann verlässt man einfach den Laden, ohne dass man im Prinzip einen Kontakt mit einem Mitarbeiter gehabt hat. Geschweige denn mit einer Kasse. Klingt alles erstmal richtig spannend und fast so wie Amazon mit ihren Stores, wo man reingeht, Sachen einpackt und den Laden verlässt. Und man hat dann direkt automatisch bezahlt. Oder auch wie bei Apple, wo man sich ja kleinere Sachen auch direkt aus dem Regal nimmt, die über die App bezahlt und auch den Apple Store dann verlassen kann. Bei Saturn war der Test erst in, da muss ich jetzt nochmal nachgucken, ich glaube in einem Pilotprojekt in Innsbruck. Und jetzt gibt es auch ein weiteres Pilotprojekt in München im Einkaufscenter PEP. Aber leider, deswegen habe ich gerade gesagt, das klingt fast so, aber leider ist es am Ende des Tages nicht. Der Test bezieht sich wohl nur auf ein ausgewähltes Sortiment im Kopfhörerbereich. Und ja, ich war schon kurz davor zu sagen, ui, das gucke ich mir an, da pflege ich mal nach München und teste das. Aber ja, das jetzt nur an Lautsprechern zu testen, wo ich auch keinen Lautsprecherbedarf habe. Oder Kopfhörerbedarf, nicht Lautsprecher. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Bin aber trotz allem gespannt, wie sich das entwickelt. In kurz, man muss sich entsprechend die Saturn Smart Pay App logischerweise aus dem Play Store oder aus dem Apple App Store runterladen. Und dann kann man entsprechend das Produkt scannen und es auch via Bluetooth entsperren, also sprich die Security-Schleife drumherum entsperren und es dann entbezahlen und einfach den Laden verlassen. Also da gucke ich mal weiter, wie sich das so entwickelt bei Saturn, weil generell solche Payment-Lösungen sind ja auch ein kleines Steckenpferd von mir. So, und ja, viel Gerede. Das war es auch schon dann für heute. Ich wünsche euch einen guten Dienstag und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Also, bis denn. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.